Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Civilization VI weiter als Tokugawa von Japan. Und wir sind in Runde 156, haben ungefähr 198 oder ziemlich genau 198 Wissenschaft. Wie viel kommt eigentlich von unseren Handelsrunden? Ah, das ist man nicht so genau. Aber wir haben 5 bis 4 Wissenschaft pro Runde, hier sogar 6. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wir haben noch eine Handelsroute im Stadtstaat. Das Ziel ist dann, in Richtung Rocketry zu kommen. Relativ schnell, idealerweise. Wozu erforsche ich das? Okay, das ist in Ordnung. Vielleicht gibt uns dann Tourismus von unseren Bezirken. Und ja, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich in Richtung Sanitation. In Richtung Chemie für die Research Labs. Und dann Rocketry. Ja, das ist so der Plan. Und dann wollen wir unseren Raumhafen hier bauen. Ich habe überlegt, ob ich den dann sonst hier hin baue. Ob er dann nochmal unserem Campus plus ein Nachbarschaftsbonus geben wird. Ich denke, das ist durchaus lohnenswert. Ja, was brauchen wir hier noch für Gebäude? Eine Bank wäre ganz gut. Kann natürlich immer noch die Universität von St. Korb bauen. Panama-Kanal. Ah, hier zu dem See-Kanal zu bauen. Interessant. Gut, ansonsten. Wir haben zwei Siedler, die gerade unterwegs sind. Wollen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Städte gründen. Mal sehen, ob das noch so klappt. Wir haben hier auch den nächsten Bezirk bereit. Und da habe ich vor, hier drüben den Wasserpark zu bauen. Der in sechs Runden freigeschaltet wird. Ja, bis dahin warten wir noch ab. Wir sind auf dem Weg in ein goldenes Zeitalter. Ja, den einen Zeitalterpunkt sollten wir noch kriegen können. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt. Wir können auch mal die Ressourcen wieder verkaufen. Und hier noch ein kleines Barbarenproblem. Ja, acht Runden noch. Okay. Das ist die Frage. Kriege ich so schnell noch? Komme ich da so schnell überhaupt noch hin? Naja, wir werden es sehen. Und hier noch ein Sägewerk für die Produktion. Hier bauen wir endlich die Fische aus. Hier ebenso. Gifu-Zandels-Hute muss noch warten. Tja, was hatte ich denn mit dir vor? Gehe ich dann nochmal wieder auf. Ah, okay. Ganz vergessen. Gut, dann schießen wir da ab. Unser Zerstörer. Wir hatten scheinbar da oben haben wir noch Barbaren. Und hier oben hatten wir Barbaren. Da weiß ich gar nicht, ob die noch aktuell sind. Dann fahren wir einfach hier in diese Richtung. Kostet uns ein bisschen Eisen. Äh, ein bisschen Kohle. Pro Runde. Ja, okay. Das will niemand. Und diese Ressourcen will auch niemand. Na gut. Können Stadtstaatenrotfall einsetzen? Einsetzen. Ayutaya. Wo ist denn Peterspace hier drüben? Hm. Ja. Mal sehen. Gerade habe ich noch kein Interesse dran. Ich glaube, wir können noch einen Siedler produzieren. Im Grunde. Das geht ja auch sehr schnell. Und dann genau den Wasserpark damit bauen. In Ukayama. Und das Konsulat fertig. Dann hätte ich hier gerne, ja, an sich die Bank, damit wir den Boost auch bekommen. Und in Shizu Uka können wir auch den nächsten Bezirk bauen. Hier haben wir noch kein Campus. Aber als erstes ist die heilige Stätte dran. Denn wir haben ja den Katholizismus auf unserer Seite, der uns Feed the World gibt. Und aber auch hier baue ich, glaube ich, erstmal die Bank, damit wir den Boost für Economics bekommen. Beziehungsweise, ich glaube, ich kaufe mir dann die Bank. Und baue die heilige Stätte lieber. Takamatsu. Da könnten wir einen Kanal bauen. Eigentlich eine ganz interessante Sache. Ah, hier drüben geht es nicht. Dort geht es. Na gut. Bauen wir vielleicht erstmal die Bibliothek. Ähm. Hier. Tja. Schrein und Tempel werden ganz gut zum Wachsen. Ich werde die Gebäude auch einfach mal bauen. Das machen wir jetzt so schnell. Dann hier noch eine weitere Farm. In Brüssel verloren. Okay. Zehn Gesandte brauchen wir da. Ähm. Hm. Möchte ich mit Peter in den Krieg ziehen. Ah, schwierige Sache. Haben wir Deals mit Peter? Ja, schon ein bisschen. Ehrlich gesagt. Habe ich kein Interesse. Auch wenn die Welt dort vielleicht einsteigt. Ja. Okay. Wilfried und Tamar sind mit dem Krieg. Na gut. Das kann uns auch helfen. Ähm. Schizuka handelt mit Tokio. Wir holen uns mal Brüssel zurück. Ich baue. Bau. Brau. Ich baue gerade glaube ich keine Wunder. Aber trotzdem ist es recht sinnvoll. Ah doch. Portaler Palace bauen wir hier oben. Ähm. Könnten uns dort Oliven sichern. Hm. Ja. Warten wir mal darauf. Damit es gut ist auch noch warten. Dieser Handwerker. Drei Chargen. Ähm. Hier drüben. Wird das Feld tatsächlich benutzt. Dann lass uns da mal eine Mine bauen. Ähm. Nehmen wir eine weitere Weide. Ähm. Die Felder werden noch nicht genutzt. Ähm. Ah. Hier drüben können wir mal reparieren. Und ein bisschen was bauen. Eine Quadrireme, die geheilt wurde. Okay. Sind hier die Barbaren zerstört? Ne. Noch nicht. Und dieser Handwerker. Tja. Hier unten in Takamatsu brauchen wir noch was. Hm. Dann können wir hier was entfernen. Oh. Der hat wohl das Beförderung. Okay. Nagoya. Ähm. Unsere Electronics Factory durch. Mexiko City hat ja zehn Felder quasi. Also neun Felder. Und in Nagoya. Ja. Da brauchen wir eine eigene Electronics Factory. Okay. Gut. Ich kriege den Bonus von dort drüben also nicht. So. Hier unser Privatia. Ein paar Barbaren gefunden. Und für 1.077 Gold. 1.160. Da verkaufen wir mal noch was. Nehmen wir uns die Bank. Äh. Jetzt habe ich natürlich was verkauft, was ich so leicht nicht bekomme. Ähm. Da will jemand. Äh. Kohle haben. Und das reicht dann. Perfekt. Bank Nummer 1. Bank Nummer 2 wird da fertig. Ähm. Mit einem Spion in Okayama gekillt. Okay. Ich sollte so langsam mal Spione bauen. Anmerich. Ja. Den haben wir gekillt tatsächlich. Oh. Wow. Eine richtige Quadri-Rema-Armee dort von den Barbaren. Dann entfernen wir mal hier den Regenwald. Der Samurai kommt näher. Ich glaube der Samurai sollte die Pika-Chot klein kriegen. Und die Quadri-Rema kann ja auch noch helfen. Dann gehen wir mal Alpine. Und in Okayama. Ja. Die Bank ist fertig. Dann holen wir uns die Shancery noch mehr Einflusspunkte. Ähm. Und danach vielleicht den Spion. Damit wir mal die Stadt beschützen. Ja. Da werden wir wahrscheinlich langfristig auch ein paar mehr brauchen. Hier den Tempel. Für weiteres Wachstum. Ähm. Sechs Runden habe ich noch. Für einen. Wir werden Leonardo da Vinci kriegen. Okay. Klappt das ja mit dem goldenen Zeitalter. Ah ja. Und Portala Palace bekommen wir hoffentlich auch noch. Mhm. Jetzt ist Peter glücklich. Weil wir viel Wissenschaft und Kultur haben. Gut. Hier drüben können wir noch eine Mine bauen. Handeln hier mit Tokyo. Ähm. Luxus Ressourcen einkaufen kann ich gerade nicht. So. Privatier kann weiter aufleveln. Sehr schön. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen. Entfernen wir hier noch mal weiter Ressourcen. Okay. Der Samurai hat eine harte Zeit hier. Aber ich glaube insgesamt soll es klappen. Da ist Economics. Und ist auch geboostet. Dann gehen wir mal in Richtung Chemistry. Ähm. Sarka holt sich hier auch den Tempel für Wohnraum etc. P.P. Ähm. Hier können wir auch weitere Wunder holen. Welches ergibt denn noch Sinn? Angkor Wat wäre durchaus sinnvoll. Ähm. Aber ich glaube das passt soweit. In dieser Stadt bauen wir mal die Uni. Und Yokohama hat den Campus fertig. Dann den Commercial Hub hinterher. Ähm. Für die Handelsroute. Okay. So. Du bist fast da. Ich weiß gar nicht wo das Barbarenboot herkommt. Da kommt erstmal ein Siedler her. Das ist schlecht. Da ist der Portaler Palast. Einen Diplomatie Siegpunkt und einen Diplomatie Slot. Das heißt unsere Regierung wird besser. Und ein sehr schönes Gebäude. Das sieht besser aus, wenn man es komplett in die Berge reinbaut. Aber so ist ja auch in Ordnung. Ähm. Da haben wir Economics. Dann der weitere Diplomatie Slot. Was holen wir uns da? Ich könnte Machiavellianism reinholen. Dann bauen wir die Spione ein bisschen schneller. Ja. Warum denn nicht? Ähm. Ansonsten wäre natürlich Natural Philosophy noch ganz gut. Und ich glaube mit dem Rest bin ich soweit zufrieden. Skyscrapers kann raus. Ähm. Skyscrapers kann raus. Ich könnte auf Liberalism gehen. Ja. Das gibt uns noch ein paar mehr Annehmlichkeiten. Das ist auch relativ wichtig. Ressourcen einkaufen können wir momentan nämlich nicht. Gut. In Sendai. Tja. Da haben wir hier unten die Chancen Damm zu bauen. Ähm. Siehe jetzt aber auch noch nicht als so wichtig an. Taj Mahal. Osaka. Sankarat. Nee. Nee. Ähm. Vielleicht hilft die Stadt jetzt einfach mal, indem sie hier auch Siedler produziert. Dann hängt nicht alles von unserer Hauptstadt ab. Du kannst vielleicht mal dorthin. Dann hier weiter. Fünf Städte sind unglücklich. Ja. Was soll's. Okay. Dann kannst du die Einheit vielleicht mal zerstören. Okay. So auf Entkundungstour. Vier Runden noch. Ja. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Zeit weiter. Und du? Du musst dich erst mal heilen. In Tokio. Tja. Ah. Da ist jetzt der Siedler eine Runde zu früh quasi fertig geworden. Dann holen wir uns mal eine Wassermühle noch. In der Zeit. Und dann bauen wir den Wasserpark. Mal ein bisschen theologischer Battle hier. Äh. Äh. Ne. Meine Truppen. Die sollen da eigentlich nichts tun bei dir. Da ist unser erster Spion. Der soll auch in Okoyama bleiben. Vielleicht. Auf dem Aquädukt. Da beschützt er eine Menge Bezirke. Ich werde wahrscheinlich noch gleich den nächsten Spion produzieren. Die Mine. Da warten wir auf das Wachstum. Da warten wir auf die Handelsroute. Eieiei. Da ist ein bisschen Beförderung. Alles klar. Ach ja. Das ist doch schön. Okay. Und wir haben zwei Siedlungen. Perfekt. Ähm. Die werden auch mit vier Bevölkerung starten. Das ist Nummer eins. Otsu. Und Nummer zwei. Okazaki. Ähm. Das ist sehr schön. Ähm. Da war das Gold ausgeben für die Salpeter-Vorkommen hier. Äh. Eieiei. Line Infantry. Uuuh. Boah. Ich hoffe. Unser Crossbow hält das aus. Ähm. Vielleicht müssen wir da noch eine Einheit hinterher schieben. Ich habe ja das Gold. Theoretisch. Was können wir uns da holen? Ein Samurai. Vielleicht noch ein Privatier. Fregatte. Dafür fehlt uns das Salpeter. Schauen wir mal. Was kostet denn? Kostet denn 10 Salpeter? Ja. Kanada. Komm mal her. Ich möchte ja nicht viel. Ich möchte einfach mal 10 Salpeter reichen. Drei Gold drohen wir. Alles klar. Das machen wir. Hm. Dann ist die Frage, ob wir irgendwas anderes verkaufen können. Nee. Natürlich nicht. Ah. Diplomatische Gunst. Das können wir doch bestimmt äußern. Okay. 266. Dann kann ich mir in Nagoya eine Brigette leisten. Und in Tokio müssen wir noch das Feld kaufen. Und dann können wir den Wasserpack bauen. Sehr schön. So. Okayama. Auch hier können wir einen weiteren Bezirk bauen. Jetzt bei Bevölkerung 16. Dann wählen wir doch mal den Theaterplatz. Plus 8 hier drüben. Das gibt ordentlich Kultur. Ähm. Sehr schön. Ja. Osaka. Ähm. Der Wasserpack wäre natürlich ein bisschen redundant. Deswegen würde ich auch hier mal für den Theaterplatz gehen. Damit wir schneller jetzt an Kultur kommen. Zu den besseren. Regierungsformen. Gut. Ähm. Shizuoka. Und so wäre nicht schlecht. Aber wir wollen ja hier die Stadt erstmal erwachsen lassen. Deswegen nutzt mal den Schrein und Tempel und so weiter. In Aomori haben wir Schrein und Tempel. Dann kannst du jetzt mal am Aquädukten oder am Damm arbeiten. Das verbessert auch den Nachbarschaftsbonus hier. Otsu. Ja. Hm. Ich kaufe mir mal das Monument. Und wir platzieren den Hafen. Erstmal die Handelsroute hochbekommen. Das ist wichtig. Ja. Hier habe ich jetzt kein Gold mehr fürs Monument. Aber kann den Hafen platzieren. Plus 5. So. Und 2 gesandt hier. Ja. Was machen wir da? Plus 4 Produktion. Aber das gilt ja nur für Einheiten. Ich denke wir warten bis wir hier uns festsichern können. Und ich muss auf jeden Fall noch mehr. Ähm. Forschen. So. Peter wollte hier drüben wahrscheinlich siedeln. Jetzt haben wir ihn zerstört. Und da ist unser Crossbow tot. Da ist unser super Theaterplatz. Ähm. Und eine weitere Minne für Okayama. Ja. Pfff. Was machen wir denn hier dann noch? Ähm. Big Ben könnten wir bauen. Oh. Big Ben wäre natürlich nicht schlecht. Muss ich sagen. Ähm. Es ist die Frage, ob wir es in dieser Stadt bauen wollen. Ähm. Acquire the Bank. Okay. Da haben wir nicht das Feld für. Hier drüben geht es auch nicht, oder? Ne. Hier wäre Big Ben an dieser Stelle möglich. Uh. Ein Sender ist Big Ben möglich, wenn wir hier die Bank bauen. Okay. Dann baue ich nach dem Siedler die Bank und dann holen wir uns Big Ben. Produktion hier ist ja in Ordnung, oder? 19 Runden. Das sollte von der... Ja. Profitiert von der Fabrik. Wir können Eisen verkaufen. Endlich. Nicht viel, aber ein bisschen. Crossbow ist kaputt. So. Mein Samurai kann sich mal Battlecry holen. Dann greifen wir hier an. Damit wir auch siedeln können. Und die Fregatte kommt zur Hilfe. So. Ein bisschen mehr sagt Peter. Gibt uns auch den Rifling Boost. Sehr schön. Dann ist die Frage. Ja. So richtig? Was können wir hier noch nicht machen? Ich bräuchte mehr Produktion. Und was ich machen könnte, ist mir das Feld kaufen und das Feld kaufen. Dann können wir hier ein Sägewerk setzen. Dann den Stein entfernen. Da haben wir nochmal Oliven. Die können wir verkaufen. Weil wir sie schon einkaufen. Und da ist Leonardo da Vinci. Okay. Jetzt mal alle auf die Kultur achten. Holen wir uns vielleicht erstmal hier noch Baracken und so weiter. Für ein bisschen mehr Wohnraum. Leonardo da Vinci gibt uns einen Heureka. Und plus drei Kultur von unseren Werkstätten, die ziemlich überall sein sollten. Das heißt, wir sind bei 201 Kultur. Nice. Wir haben Privateer. Naval Victories. Weil wir hier noch ein paar Barbaren haben, die ich umbringen möchte. Und da unten können wir nochmal eine Farm bauen. Sehr schön. Ach ja, der Siedler. Ja, dann reißen wir zumindest in die Nähe hier. Und ab in die nächste Runde. Sehr schön. Der Lahn geht, glaube ich, weiter auf. Er möchte die diplomatische Gunst eigentlich haben. Ne, danke. Angkor Wat wurde gebaut. Okay. Unser Samurai überlebt. Sehr schön. Dann 201 Kultur. Zweite Charge von Leonardo da Vinci. Gibt uns den Chemie-Boost. Das ist fantastisch. Das waren jetzt auch genau die Boots, die wir brauchen. Ähm, 223 Kultur jetzt. Ähm, eine Armory. Unsere Allianz mit Daido ist abgelaufen. Hm. Also die Frage, will ich die erneuern? Ja, doch eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Ähm. Einfach damit wir sicher sind. Oder ich werde einfach mal mit allen Freundschaft schließen, denke ich. Diese Runde. Und auf Allianzen wollten wir ja verzichten aufgrund des Isolationismus. Hm. Na gut. So, Angkor Wat wurde beendet. Dann holen wir uns hier den Tempel. Wohnraum. Nagano wurde noch nicht konvertiert. Hm. Da ist die Frage, was wir hier als nächstes bauen werden. Das kann aber eigentlich auch nur eine Frage der Zeit sein. Dann holen wir uns auch hier die heilige Stätte. Ähm. Hier können wir uns den Leuchtturm kaufen. Kann ich von Morioka mit Morioka to Tokyo. Yes. Alles klar. Ähm. Beziehungsweise Gifu haben wir ja schon Händler. Dann handel ich hier mal mit... Ja, eigentlich ist jetzt die Handelsroute mit Ukaiyama besser, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Aber Tokyo braucht weniger Zeit. Und ich habe noch vor, das Ganze zu ändern. Ähm. Und zwar, dass wir die Handelsrouten irgendwann von Ukaiyama ausschicken. Da oben können wir nochmal ein bisschen Regenwald entfernen. Dann können wir hier das Camp auflösen. So, mein Siedler muss aufpassen. Ich muss mal nochmal ein paar Runden abwarten. Was schlecht ist, weil unser goldenes Zeitalter jetzt abläuft. Das heißt, wir kriegen hier nicht mehr den Bevölkerungsboost. Ähm. Ja. Ich hätte eigentlich gerne Schiffswerft hier. Aber da müssen wir noch ein bisschen Zeit ins Land laufen lassen. Ähm. Ich kann mal auf eine Grenze noch verkaufen. Fällt mir auf. Wir haben schon mal ein bisschen mehr Gold. Dann können wir uns da gleich die Schiffswerft leisten. Sehr gut. Ähm. Fähren mit Darnhafen fertig. Research Alliance. Nee. Ich hab grad keinen Bock auf Allianzen. Machen wir es mal ohne. So. Damit haben wir das Industriezeitalter erreicht. Und ich glaube, jetzt könnten wir Produktion von unseren ähm. Campusbezirken bekommen. So. Wir haben Replaceable Parts. Das gibt jetzt Infanterie. Und verbesserte Farmen. Und Weiden. Sehr schön. Äh. Und ich bin mir nicht sicher, ob das das Embarken uns so viel bringt. Ähm. Ja, dann wähle ich mal Heartbeat auf Steam. Mehr Produktion für Wunder und mehr Produktion von unseren Campusbezirken. Ähm. Ich mein. Können's ausprobieren. Nö. Natürlich. Ähm. Das Embarkment kostet alle Bewegungspunkte leider. Ich muss hier jetzt privatiere. Naja. Gut ist es, wie es ist. Äh. Kohama kann eigentlich mal das Feld hier gebrauchen. Ich weiß, ich wollte Gold sparen, aber ach, das ist gar nicht so gut. Naja, egal. Ah, dann können wir ein bisschen Luxusressourcen verkaufen und einkaufen. Ähm. Ähm. Hier den Wasserpark fertiggestellt. Dann würde ich sagen, der Siedler dorthin. Zwei Siedler brauchen wir noch. Eins, zwei. Ähm. In dieser Stadt Stock Exchange. Das ist eine Menge Gold und große Händlerpunkte. Sieht es da eigentlich aus bei den nächsten. Ähm. Darwin. Wunder. Okay. Lass mal schauen, was wir hier für Wunder haben. Ähm. Und ob Darwin sich lohnt. Okay. Das sind alles maximal Zweier. Okay. 1000 Wissenschaft. Ich glaube, es ist okay, wenn wir Darwin verpassen. Ähm. Nagoya. Nagoya braucht dann auch ein eigenes Kohlekraftwerk, glaube ich. Ja, weil wir ja keinen Strom von Okayama bekommen. Ähm. In dieser Stadt, Bibliothek und Campus. Dann. Können wir hier noch machen. Das fällt für die Hauptstadt gleich mal sichern. Nationalismus ist auf dem Weg. Sehr schön. Und Vilnius wird unabhängig. Das könnte man sich überlegen, ob wir ähm da mal eine kleine Armee ausheben. Was macht dieser Siedler hier? Wo ist unser Siedler? Fernwehr. Dort ein Fernwehr. Dort ein Fernwehr. Sehr schön. Da. Ein Schizuoka hat den Tempel fertig. Dann holen wir uns hier den Zoo. Das gibt uns noch mal Bonusannehmlichkeiten zu jedem Stadtzentrum innerhalb von neun Feldern aufgrund von Mexico City. So. Let's go. Ähm. 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 Dieser Siedler ist fertig. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn wir jetzt schnell diese Stadt gründen. Ähm. Dann bauen wir die Bank fertig. Ach ja. Die Schiffswerft. Jep. Und dann haben wir da bald die nächste Handelsroute. Gut. Wir haben Brüssel schon wieder verloren. Aber ich glaube, ich brauche Vilnius nicht. Nee, nee, nee. Wir lassen das mit Vilnius. Ähm. Ähm. So. Den haben wir zurück. Ich hoffe, der wird jetzt hier anlanden und unsere Stadt siegeln, die ich siegeln wollte, ne? Ähm. Nehmen wir uns hier mal Bombardment. Wir können ein paar Perlen und Jade verkaufen. Sehr schön. Aber nichts einkaufen. Ah, Okayama. Okay, Stock Exchange Exchange ist fertig. Die Wunder sind nicht so relevant. Dann mal weiter mit dem Amphitheater. Ja, und ich glaube, Vilnius würde ich dann einfach übernehmen, wenn es dann zu uns flippt. Ja, das ist wahrscheinlich der bessere Weg. Ähm. Osaka, die Uni. Wie wir gebrauchen. Dort genauso. Yay. 50 Gold müssen das sein. 20 Gold. Hey. Mega. Ähm. Holen wir uns mal Space Initiative für Pinkala. sind übrigens jetzt bei 37 Tourismus. Wow. Äh, wobei ich auch noch ein Flight nicht erforsche. Ähm. Was ist denn aus mit dem Kultursieg? Ja, Peter ist noch relativ weit davon entfernt, von da ist es okay. Wissenschaftlich für Peter? Hab ich das gerade richtig gesehen? Nee. Daido. Okay. Aber gleich viel Text. Da können wir noch kurz bis zum Wachstum warten. Ja, hier ist jetzt tatsächlich der Siedler gespawnt. Oh, ist das nervig. Hm. Das ist nervig. Das heißt, die Stadt können wir nicht gründen. Hm. Okay, wo ergibt das noch Sinn? An Silber komme ich hier. Apropos, an Silber komme ich hier, dann brauchen wir uns nochmal den Silberzugang. Ähm. Dann ist die Frage, ob wir einfach hier siedeln. Es ist jetzt nicht besonders starke Siedlung, aber mir fällt kein anderer Spot ein. Oder wir schicken den Siedler zurück. Ähm. Und siedeln dann hier. Ja gut, dann machen wir es so, dann brauchen wir nur noch einen. Der Rest ist mit. Egal, habe ich hier, ich kriege hier auch keine Schweine, haben wir glaube ich schon. Ja. Gut, dann bauen wir nur noch einen Siedler. Dann hat das Siedeln auch sein Ende gefunden. Was auch ganz schön ist. Ähm, so. Wie machen wir hier weiter? vielleicht noch einen zweiten Spion. Ich habe ja auch noch die Spionkarte drin. In Kyoto haben wir jetzt den Leuchtturm. Sehr schön. Ähm. Kyoto handelt mit Sendai aktuell. Das können wir also noch nicht ändern. Auch hier werde ich für's Shipyard sparen. Dann können wir mal den Damm platzieren. Ich wollte den aber noch nicht bauen. 39 Runden ist ein bisschen viel. Wobei das ja auch nicht besser wird. Platzieren wir auch mal den Industriebezirk. Ja, bauen wir einfach den Damm. Was gibt's noch für Wunder? Und dann könnte Morioka Okazaki eine Handelsroute bekommen. sehen. 2 2 Braucht das jemand? Nö. Unser Peter wird aber gewünscht. Ah, Okazaki den Händler. Gut, die Fregatte macht sich auch auf Touren. Der Privatier kann hier oben mal über Bahren ernichten. Ich habe auch 2500 Glauben. Damit kann ich mir auch ein bisschen was holen. Ada Love Lace zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Entfernen wir den Wald, damit ist der Siedler fertig. Der Siedler ist dort noch den Weg. Dann gehst du mal da. Wir gründen diese Stadt. Kobe. Aber wir haben kein Beef hier. Ich werde mal das Gold nutzen. was kaufen. Dann handeln wir mit Mokajama. 3 Trilliade bin Abnehmer leider. Und ja, Chemie ist erforscht. Dann mal schnell in Richtung Rocketry. Light, Radio und so weiter. Ah, ja, ein Nationalpark. Da ist doch bestimmt irgendwo was möglich, oder? Wenn wir hier die Minen entfernen, könnten wir hier einen Nationalpark haben. Das würde doch was bringen. Ah, wir haben noch keine Nationalen. Ja, okay. Acht Runden. Schaffen wir das noch überhaupt? Möglich. Möglich. 710 Gold für den Handwerker. Okay, wollen wir uns da gleich. Research Lab. Dann in Takamatsu. Tja, Industriebezirk habe ich hier gar nicht geplant. Ich meine, das ist plus drei, aber auch ein richtig gutes Nahrungsfeld weg. Nehmen wir die plus zwei hier in Tokio. Ja, da sind wir jetzt mit den Siedlern fertig. Dann können wir mal den Damm bauen. Wohnraum und Annehmlichkeiten. Kobe braucht einen Hafen und kauft sich das Monument. Ja, Kobe braucht Hilfe. Die Allianz möchte ich nicht. Barren haben in Gifu etwas geplündert. Oh, da ist der Privet hier. Okay, den müssen wir jetzt schnappen. Eine Mine für die Hauptstadt. Sehr schön. Gute Produktion. Dann das Research Lab. Jetzt vielleicht hier nochmal aufs Diplomativ Viertel. Beziehungsweise vielleicht kommt der einfach da hin. Heilen. Einmal Honig. Das sind damit auch über. Dann Sendai. hier wollten wir jetzt Big Ben bauen. Das ist doch eigentlich das nutzlosere Feld. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich durchaus zufrieden mit der Folge. Wir haben jetzt guten Fortschritt gemacht, sind bei 271 Wissenschaft, 257 Kultur vor allem auch. Das ist in den letzten Runden dazugekommen. Haben jetzt unsere letzten Ziegler ausgebildet. Der kommt dorthin, der kommt nächste Runde dorthin. Die Stadt braucht auf jeden Fall Hilfe, denn ich möchte dort auf jeden Fall Amundsen Scott bauen. Und ja, bin soweit saturiert, was die Städte angeht. Wie haben wir dann? 18 haben wir dann. Ist okay, beziehungsweise 19 werden wir haben. Ist in Ordnung. KI hat deutlich weniger Städte. Wir sind auch schon bei 137 Bevölkerung. Richtig gutes Zeichen. Und dann, ja, wenn wir mal ein paar Nationalparks noch bauen, wo wir können, und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da sehen wir uns dann und dann wird es hoffentlich daran gehen, den ersten Raumhafen und so weiter zu bauen. Vielleicht uns hier mit Estadio zu beglücken. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Flo. Tschüss!